Bei Tausenden und einer Nacht werden jetzt bestimmt bei Ihnen orientalische Träume wach. Sie sehen hier heute Abend zum ersten Mal auf einer freien Bühne unser Ballett. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß, gute Unterhandlung, Bühne frei, bitte sehr. Bühne frei, bitte sehr. Bühne frei, bitte sehr. Bühne frei. 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 Musik 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 Vielen Dank für diese märchenhafte tänzerische Darbietung und das sind, liebe Deiner Lesen, Falle Dens von Mainz-Hechtzheim. Musik Meine Damen, ganz toll und liebe Deiner Lesen, ich darf Ihnen jetzt die Meisterin unter den Klenken des Nahalamas vorstellen. Bitte sehr, Herr Kapellmeister und Herr Zermonienmeister, für die Meisterin, bitte auf die Bühne zu gleiten. Bitte. Musik Musik Ja, liebe Deiner Lesen, das ist die Meisterin. Elke Schneider vom Turnverein Mainz-Hechtzheim hat sie mit ihren Damen einen hervorragenden Tanz in dieser Kampagne einstudiert. Ich weiß, das ist viel, viel Arbeit, so Tänze, so, so Tänze einzuschutieren. Denn ich habe das früher selbst viel gemacht. Ich habe so viel gedanzt. Also ich weiß, da steckt sehr viel Arbeit inne. Meine Damen, ich bewundere euch und darf mich ganz herzlich bei euch bedanken und hoffe, dass ihr natürlich noch viel auf der Nachrichten-Rostarbeiter-Bohnebeide zu sehen seid. Dir, liebe Elke, darf ich als äußeres Zeichen ein kleines Blumensträußchen überreichen lassen von unserem Bernd-Fiktor-Küsser vom Dienst. Bitte einmal rechts und links. Sehr gut. Und liebe Deiner Lesen, dass Sie bitten, Elke Schneider und Ihre Damen ganz herzlich zu bedanken. Mit einem dreifachkräftigstornenden Herr Haus! Herr Haus! Und nun, liebe Darinnen und alle Lesen, werden sich unsere Damen Tänzerisch von uns verabschieden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Bitte sehr. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020